Wenn alles immer nach Plan und in geordneten Bahnen verläuft, das ist doch langweilig. Gibt es viel zu tun, dann kümmere ich mich drum. Und wenn ich mich durchsetzen muss, dann mache ich das. Ich mag ungeschminkte Wahrheiten. Aber ich mag auch die schönen Seiten des Lebens. Das und viel mehr. Christine Lenhardt, Schauspielerin